Hallo und Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Trainingsreer Letztes Mal habe ich da aber Shoot gemacht Nur mal Probeweise Ist ja nicht so gelungen wie ich wollte Weil Wollt eigentlich mit diesen zwei Waggons Hierher Aber Hier komme ich nicht rüber Falsches Gleis Und da komme ich auch nicht rüber Auch falsches Gleis Ja Muss ich mir noch überlegen wie ich es mache Wahrscheinlich werde ich mit dem ganzen Zug Äh Bis da her fahren Dann rauf Dann rüber und rauf Wäre eine Möglichkeit Zweite Möglichkeit ich mache da oben auch nochmal ein Depot Ja 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 das wäre eigentlich die zweite und die dritte Möglichkeit Der lasse ich offen Der weiß es selber noch nicht Aber wurscht Jetzt baue ich da mal weiter Jetzt muss ich das da irgendwie mal Ähm Auf ein Auf ein Auf ein zweier Gleis zusammen kriegen Irgendwie Aber ich weiß das noch Ich weiß noch nicht wie Da sind auch Rechenfelder drinnen Ähm Ja Warte mal Jetzt machen wir mal ganz was anderes Jetzt werden wir da mal die Straßen weiterführen Da Etwas Not was not So oder wie Tch Dann Ja Wären wir da Noch mal da Na Hier Ja Das wird Das Äh Ja genau Jetzt fängt es schon wieder an Da Ja Nun muss ich eine Enteutung Das geht mir auch Das da Jedes mal verschwind da Ja Äh Fisch Ja, welcher Föller Entschuldigung Gut, wir machen das jetzt am besten Es wird ein bisschen lustig werden, so was haben wir da? Ja genau, dieses hier, dieses hier da, uff, schon wieder so viel weichen Egal Nein, das ist eigentlich nicht das Du willst zweit denken Nein, 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 warte, wir müssen das anders machen Ähm, wir brauchen eine andere Weiche, was haben wir da? Also erstmal Ähm 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 Left Rechts 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 Ja Der Motto ist jetzt wurscht Ähm Ich will eigentlich Oder warte mal Mach ich das jetzt am blödesten? Meine Güte Wurscht Na das ist eigentlich nicht verkehrt Nein, warte Ähm Rechts Ähm Ja, das war eigentlich die Richtige da Äh, ich glaube das muss ich da Muss ich das, äh, ist das da Ok, ja, ja Genau das wollte ich, genau, ja Das war mein Traum von heute Warte Warte jetzt noch Na, mal proben wir jetzt Gedanklich einmal Auch noch ein Gleisfeld machen Ein richtig großes Was ich mal so vorgestellt habe Nein Nein Nein, nein Ich mach das jetzt einmal so Ähm Okay, also falsch Falsch Falsche Kategorie Ich mach das Guck 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 Schau zu sagen, wenn ich das schätze mal die Füße so machen wüsst Aso, warte mal Das ist eigentlich die Dieselstrecke, oder wie? Äh, jajaja Ich bin eigentlich ein... Ein Idiot, ich brauche das gar nicht da, ich muss ja das... Äh, ich würde auf 2 Zaum gehen Äh, das muss ich ja ganz anders machen da Da bin ich ja glaube ich ganz verkehrt jetzt, oder wie? Oder nein, äh, 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 äh Jajaja, da bin ich eigentlich ganz richtig mit dem aber nur Ist der Motor falsch Wäre eigentlich auch egal, aber... Guuuut Guuuut Da geht die Dieselstrecke Pfff, wiss Was, was, was das da drin ist? Jajaja Äh, jajaja Ja, da gehen wir selbst nicht mehr raus, aber das wird schon passen da, ja Da ist zwar so ein Diesel da Ich darf das auch nicht saumen, ja Das sieht schon mal ganz gut aus Ok da habe ich ein Glanzsignal hingesetzt Gut, jetzt brauche ich das gleiche auf rechts Na habe ich ja da, alles da Symmetrische könnte es auch werden, aber es wird lustig werden Aber bitte Ja da ist aber auch wieder der Motor auf der verkehrten Zeit Ja das ist gut 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 Na gut das ist ein bisschen Na ja pfff Das ist aber schon eine Gargzahnige Kurve, nein ich muss das anders machen Ja warte mal Ja jetzt muss ich das einmal ein bisschen zahnt Biss ich ein Ziehen Ja Aber da ist er nicht symmetrisch, ist mir egal jetzt. Na gut, wenn ich das auch da oben sehe. Das ist zwar noch immer nicht symmetrisch, aber die Kurven sind nicht so arg. So. Gut, jetzt bin ich da oben auf 2 zusammen. Achja, wenn ihr jetzt wisst, welche Weichennummer ich habe. Warte einmal. Das findet man vielleicht nicht wieder los. Ähm, wann haben wir da 17? 32, ok. So, das muss ich mal aufschreiben. Jetzt ist der Merklus wieder 32 CD. Ich habe das schon fast vergessen. Ahem. Gut, jetzt habe ich... Da habe ich ein Signal. Hm. Da habe ich ein Signal. Over. Was war denn das wirklich, KS oder DM? Nein, nicht DM, was nicht. Äh. Ja, KS, du siehst. Hier in Kassel ist doch noch nicht ganz... Verdammt. Äh. So. Jetzt wird es lustig. Ach so, Blödsinn. Jetzt kann ich ja gleich... gleich so machen. Ja, das ist glaube ich nicht so... So. So. Konform, wie ich das haben will. Weißt schon. Gut, äh. Dann fahren wir da. Machen wir das gleich so. Oh, schau... Wer hat es gemerkt? 1, 2, 3, 4, 5. Ach so. Na, geht das vielleicht genauer? Wann nicht, dann nicht. So, da wird es lustig jetzt da. So, da müssen wir es ja in der Mieten geben. Das geht wohl nicht anders. Ja, schaut synchron aus. Symmetrisch, nicht synchron. Synchron ist was anderes. Gut. Oh, da ist eine Linie zogen. Okay, da ist eine Linie zogen, also muss ich los da. Na gut. Oh, schaut ganz gut aus. Wow, gut, jetzt haben wir mal das da oben. Das muss man da nochmal machen. Jetzt machen wir da mal, wie heißt das geschehen? Ah ja, genau, da ist der Switch Leer. Ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. So, ich weiß es schon gar nicht mehr. Es ist lange nicht mehr gespielt. Und... Invisible Dreck. Wo ist der Dreck? So... Benennen... Wollt ihr zu schauen? Ja... Wie habe ich denn jetzt geschehen? Ah nein, das ist 16. Ja genau. Das ist nur die Nummer. So, wo sind wir 32? Ich mache lieber 33. Ich bin mir da jetzt überhaupt nicht sicher. Wieso will ich da die 17er werken? Waaah! Ich denke mal, ja gut, passt. So, ist der Ena aktiv jetzt da? Ja. Gut, dann passt das eh mit 33. Äh, falsch. Ah, sonst sitzt Basen dort. Lüft, äh, Lüft. Lüft, 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 Lüft. Invisible Dreck. Waah! Ist gut! So... Nach? Hier her. 33, yes sir 34, yes sir Na bitteschön, hab ich wieder einmal 2 Werken rein genommen So Achso, jetzt muss ich dann noch die Signale rein setzen Oh, puh Das wird jetzt lustig, lustig, lustig Äh, das ist nur einseitig Walscht, das mache ich dann da hinten dann 2 Kreise ich da oben, bla 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 Ja, walscht, so Ähm Na, was ist los da? 180 Grad Gut, das passt da Ach du Schande Hm Na gut, das müssen wir dann Puh Lustig, lustig Gut Gut, dann kann ich das jetzt ja da eigentlich Löschen Hm Das ist ein bisschen ungezogen Und das da herzogen Da Und ein bisschen verschie- Ai, ai, ai Noch ein bisschen Ich könnte vielleicht noch ein bisschen verschie- Aber Naja fast Das ist Das ist das 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 down Da muss das ja so gehen, da Tut mir leid, da muss ich das ja so machen Ah kein Problem So Jetzt muss ich den Titel nochmal angeklickt haben Achso, falsch, das muss ich Hier machen Genau, so, Brücke Äh, pfff Ok, da muss ich es links nehmen Äh, warte Äh, gerade nochmal Nacki, was ist jetzt los Ach, gerade mal Ja, spinn jetzt oder was Jedes Mal das gleiche da mit den Ja Ja Schauen wir mal, ob das einmal so geht Wie man das vorstellt Ja, nach oben wieder Probleme Ah, nicht einmal, wow Wow Was ist los Da Ah, weh, weh Das Da 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 Muss ich da tricksen oder Das Das ist ja nicht schön Ja Das geht leider nicht so Äh, weh, weh Äh Okay Das Das muss ich leider umbauen Das ist aber nicht schön Äh Äh Das 25 Minuten Ja, bravo Da kann ich gerne mehr aufnehmen Ob es jetzt so durchgeht oder nicht Sagt euch das Licht Sagt euch das Licht Jo, wenn es nicht anders geht Werden wir das so machen Genau Das hatte ich nicht bedacht Dass das jetzt so ist Bei dir Naja, passt schon Gut Jetzt ist das Gelb Lass das da Weil Der Bau ist noch irgendwo So, und jetzt Machen wir da zweiglässig Zweiseitig Da vorne jetzt noch Oder Dass wir da eventuell die Signale da Grün kriegen Okay Invisible brauchen wir nicht Gut Gut, das ist ein bisschen Gut, das ist ein bisschen Da ist Schauen wir mal Rechts Außer, warte mal da oben eigentlich auch noch Ach du schade, ob das da ist Ich hab's geahnt 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 Passt Und alle zwei grün Wird schon Wird schon sehr richtig So, und jetzt Ich hab's geahnt Entschuldigung Naja Das die rot sind Das ist mir mal klar Dass die rot sind Das ist mir mal klar Naja, was ist denn jetzt wieder los? Passt Passt Warum jetzt eigentlich nur so Dass ich das jetzt da Aussetzen kann Da Na komm Komm, komm, komm